Hallo, willkommen. Bezofas der Marke Restyl möchte ich Ihnen vorstellen. Restyl, wo kommt denn das her? Restyle oder wie? Nein, die Firma heißt Restyl, ist eine polnische Firma. Die Bezofas werden also in Polen produziert. Und früher gab es in Oberfranken eine Firma Hummel, sehr traditionsbewusste Firma. Und die hatte eine zweite Unterfirma, Wimtex. Die hat in Polen diese Bezofa produzieren lassen und unter Wimtex Hummel verkauft. Und wo dann leider Hummel pleite ging, hat der Pole Restyl die gleichen Bezofas direkt an die Händler verkauft und konnte somit günstiger werden. Und seit der Zeit kenne ich die und seit der Zeit schätze ich die von der Qualität. Sie sind sehr hochwertig und trotzdem bezahlbar. Also nicht dieser günstige Mist, den Sie in Mitnahmemerken oft finden, sondern ordentliche Qualität. Ich zeige es Ihnen jetzt zum Beispiel hier. Hier können Sie jetzt die ganzen Kissen runternehmen. Das mache ich jetzt mal. Und das ist ein sogenannter Querschläfer mit Hebelbeschlag. Zack, ausklappen. Zack, umklappen. Fertig ist die Laube. Hier haben Sie sogar noch eine Schonertecke, wo Sie hier festmachen können. Und damit haben Sie dann eine Schonung von dem Stoff und einen besseren Liegekomfort. Hier ist jetzt sogar Boxspring drin. Oftmals wird mit Federkern gepolstert. Was ganz besonders. Restyl hat aber auch Frontlader. Restyl hat Ziehharmonika-Technik. Restyl hat Faltbetten. Alles gibt es von Restyl. Und die sind spezialisiert auf das Thema. Bettsofas haben tolle Funktionen. Deshalb haben wir uns eigentlich darauf konzentriert. Und kaufen unsere gesamten Bettsofas bei dieser Marke inzwischen ein. Wir bekommen ja jeden Monat fünf, sechs neue, so ungefähr. Ich muss das jetzt hier ein bisschen ziehen, damit das schön aussieht. Und was wir kriegen, wissen wir natürlich vorher nicht. Aber es sind immer Schnäppchen. Bleiben Sie dran. Sie werden sicherlich fündig werden irgendwann. Und auch ein schönes Schlafsofa von Restyl bekommen, wenn Sie das wollen. Ich kann es Ihnen empfehlen. Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Bleiben Sie am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von Profi-Schnapp.de Und wir sehen uns beim nächsten Mal.